Ich weiß nicht, was du meinst. Bin ich einer, den du lieben könntest? Ich antworte dir, wenn du anhältst. Nein! Ich hab Angst, du bist verrückt. Wie soll ich dir antworten, wenn ich Angst hab? Ein neuer Anfang, es könnte da einer sein. Nein. Ich bitte dich! Nein! Was denkst du von mir? Halt an! Die Hochzeit. Sie muss eher sein. Warum? So schnell wie möglich. Ich schlag ihm den Schädel ein. Wir machen eine Tour! Matthias! Hey! Hey! Halt an! Du hast sie mitgenommen. Heimlich! Du hast sie verkauft! verramscht, verscherbeln, verscheuert, verhölkert! Das ist doch nicht wahr! Es ist wahr! Ich weiß, dass es wahr ist. Weißt du, dass du alles zerstört hast? Verstehst du denn das nicht? Du kannst das nicht verstehen. Warum verstehst du denn das nicht? Du hast zu viel Verstand! Warum lässt du mir keinen Ruhm? Warum bist du überall, wo ich bin? Wie soll ich leben, wenn ich dich nicht vergessen kann? Ich kann dich nicht vergessen. Ich muss dich töten.